Herzlich Willkommen zu einem weiteren Vio 5 Update Video! Heute geht es um das Update mit der Versionsnummer 0.2.5b. Was sich hinter dieser grüntlichen Bezeichnung versteckt, verrate ich euch jetzt. Ist es für euch zu umständlich, einer bereits bestehenden Gang beizutreten oder wollt ihr einfach euer eigenes Ding machen? Ab sofort kann jeder User mit ein wenig Kleingeld und einer Immobilie einen sogenannten Squad gründen. Ein Squad funktioniert ähnlich wie eine Gang. Es gibt zum Beispiel Squad Skins, Aktionstaschen, Fahrzeuge und ein Gruppenmenü. Mit einem Squad könnt ihr die neuen Squadfabriken erobern und die daraus erwirtschafteten Güter an Gangs und Zivilisten verkaufen. Gangs können Squadfabriken nicht angreifen. Ein kleines Update bezüglich des im letzten Update eingefügten Casino-Systems. Es ist jetzt möglich, das Kartenspiel Blackjack zu spielen. Geht einfach an einen Tisch und spielt eine Runde. Vielleicht habt ihr Glück und bekommt direkt beim ersten Mal einen Blackjack. Damit ihr am neuen Tisch spielen könnt, mögt ihr seit diesem Update aber auch noch etwas anderes als Glück. Es gibt jetzt im Casino Chips, die ihr am Automaten kaufen könnt. Ab sofort kann man nur noch mit diesen Chips an den Tischen spielen. Auch für die Hüter des Gesetzes gibt es eine Neuerung. Die PD-Außenstelle in Palito Bay wurde früher nur selten benutzt und hat jetzt eine Kernsanierung bekommen. Ab sofort befindet sich hier der Stützpunkt der Police Academy mit allen damit verbundenen Fahrzeugen. Hier wurden außerdem einige Befehle, Skins und Fahrzeuge angepasst. Das war aber noch nicht alles. Der Changelog für dieses Update ist wieder mal sehr lang und beinhaltet einige weitere Neuerungen wie zb die Möglichkeit einen Nick-Change zu machen. Weitere Infos findet ihr wie gewohnt im Direktlink unten in der Videobeschreibung und im Forum unter forum.vio-v.com. Oben rechts könnt ihr jetzt klicken, um diesen Kanal zu abonnieren, um das nächste Update nicht zu verpassen. Falls ihr euch fragt, wie das Casino-System funktioniert, könnt ihr jetzt oben links klicken und unten könnt ihr eine Playlist mit allen bereits veröffentlichten Mio 5 Videos sehen. Das war der Fahri und bis zum nächsten Mal. Ciao!